Ferna, Frau Flukomiri, heißt dieses Verkaufswert von Bockenshof. Die interessant gezeichnete Falbstute mit den weißen Söckchen ist fünfgängig veranlagt und hat klar getrennte Gänge. Ihr Hauptgang ist auf jeden Fall der Tölte, der ist weich zu sitzen und ganz einfach zu reiten. Sie trabt auch und der Trab ist auch schick, aber das kann sie noch nicht so lange halten. Der Rennpass ist einfach und leicht zu legen, der Galopp ist ordentlich. Ferna ist ein freundliches Pferd mit einem angenehmen, flotten Temperament. Ich würde das Temperament im oberen, mittleren Bereich anordnen. Sie ist sehr weich zu sitzen, ihr Stockmaß ist ungefähr bei 1,43 Meter und sie ist auf jeden Fall ein interessantes Pferd für den Freizeitreiter oder auch für einen Sporteinsteiger für die Fünfgangprüfung und auch verschiedene Tölprüfungen. Mit angenehm mittleren Bewegungen ausgestattet ist diese süße Stute ein Spaßpferd für alle Reiter, die Lust haben, flott mit ihrem Pferd durch die Natur zu reiten oder eben in den Sport hinein zu schnuppern. Wenn euch die Ferna so gut gefällt wie uns, dann meldet euch gerne. Die Daten dafür findet ihr gleich oben rechts im Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Ferna, Frau Flumel. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Ferna, Frau Flumel. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Ferna, Frau Flumel. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Ferna. 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 Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Ferna.